Wir kennen das Problem seit 50 Jahren. Wir müssen endlich handeln. Jetzt handeln! Wir müssen jetzt handeln. Firmen wie die OMV sponsern diese Ausstellung beispielsweise. Sie wollen sich eine reine Weste waschen mit solchen Förderungen, genau wie die Tabakindustrie damals. Tod und Leben. Genau darum geht es. Damals von Gustav Klimt gemalt, geht es heute genau um diese Frage und um diese Entscheidung. Entscheiden wir uns für das Leben, für das Überleben der Menschheit oder zerstören wir uns. Tod oder Leben, das ist die Entscheidung, die die Politik jetzt zu treffen hat.